Und wie weit es weg ist? Ah! Was, was, was? Nein! Wie ist das jetzt passiert? Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory. Und meine Güte, sieht das gerade schön aus. Darf ich das mal sagen? Wie dieser Hintergrund sich da gerade von gelb zu violett verändert, so von der Farbgebung her. Und dann in der Mitte dieses wunderschöne gelbe Häufchen Schwefel, was wir hier haben. Das ist eine weitere Schwefelquelle. Ich habe mir ja teilweise schon ein bisschen sehr viel Mühe gemacht mit dem Schwefel, den ich da hinten gefunden habe, im Norden. Schwefelquelle da, den zu markieren. Was eigentlich völlig unnötig ist, denn zum einen gibt es momentan nur normale Schwefelquellen im Spiel, keine reinen oder so. Und die andere Schwefelquelle oder eine andere Schwefelquelle befindet sich halt direkt hier an der Klippe, an der Grenze zwischen Pilzbiom und diesem komischen Wald. Direkt hinter meinem Turm. Und hier ist unsere Stromversorgung für den Turm. Das ist ein Kohlekraftwerk hier vorne. Da wird auch Kohle direkt daneben gefördert. Und das Lustige ist, für Sprengstoff braucht man Schwefel und Kohle. Das heißt, wir können hier eigentlich direkt, wenn dann der Sprengstoff Ende April kommt, damit beginnen Sprengstoff zu produzieren. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist doch eine ziemlich geniale Idee, wenn wir hier schon mal einen Minator Mod 2 auf den Schwefel draufklanschen. Und den Schwefel schon mal so ein bisschen, ja, einlagern hier an der Stelle. Weil wir werden ihn hier wahrscheinlich eh dann weiterverarbeiten. Es ist halt jetzt so die Frage, wie viel Sprengstoff aus wie viel Schwefel und Kohle gewonnen werden kann. Also wie viel Einheit man braucht und wie viel Sprengstoff man überhaupt brauchen wird. Es ist ja, ich habe es ja schon mal gezeigt, den Sprengstoff, in dieser einen Folge, wo ich den veränderten Spielstand nutze. Das Problem ist aber, ich gehe schwer davon aus, dass diese ganzen Werte sich nochmal ändern werden. Dass das nicht so bleiben wird mit den Verhältnissen. Weil das ja alles, wie gesagt, noch in der Entwicklung ist, gerade zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Sprengstoff. Und da wird sich bestimmt auch das Balancing von den Werten, von den Ressourcen auch nochmal ändern. Das ist so das, was ich ganz stark annehme. Das heißt, was auch immer wir jetzt annehmen an, ja, Mengen, die man vielleicht braucht, wird wahrscheinlich zum Ende April wieder hinfällig sein, weil es sich wieder geändert hat zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist es jetzt schwierig zu planen. Es ist aber schon sinnvoll zu sagen, dass man möglicherweise mehr Schwefel als Kohle brauchen wird. Weil Schwefel die wichtigere Ressource in dem Moment sein könnte vielleicht. Also ich rechne jetzt einfach mal mit drei Schwefeleinheiten und einer Kohleeinheit, würde ich jetzt mal schätzen. Ich meine, was sagt ihr denn da? Was wäre denn da sinnvoll? Also ich denke schon, dass das eine gute Aufteilung ist. Oder eine sinnvolle Aufteilung. Weil es muss ja auch irgendwie, man muss ja auch irgendwie einen Grund haben, einen hohen Verbrauch zu haben, wenn man Sprengstoff macht. Wobei jetzt auch die Frage ist, wofür man Sprengstoff überhaupt noch benutzen kann. Ob es nur noch darum geht, diese Knubbel wegzusprengen, diese Kloßfelsen. Oder ob es auch den Sinn hat, dass man, ja, zum Beispiel auch diese Giftdinger wegsprengen kann. Das wollte ich eh auch nochmal ausprobieren, in dem veränderten Spielstand. Ob man die Giftknubbel, die so rumstehen, ob man die auch mit Sprengstoff entfernen kann. Oder wirklich nur diese Kloßfelsen. Das ist so die Frage. Das will ich auch nochmal ausprobieren demnächst. Müssen wir mal schauen. Gibt es eigentlich genug Sachen, die man schon in die Luft jagen kann, wenn der Patch kommt? Ja genau, das ist halt auch die Frage hier. Darkie, Darkseid stellt ihr auch gerade. Frage ich mich halt auch, ne? Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es ja schön, wenn man Sprengstoff in Massen produzieren kann. Aber dann stellt sich auch wieder die Frage, ist das sinnvoll, Sprengstoff in Massen zu produzieren, wenn man ihn für nichts braucht? Oder man braucht ihn vielleicht dann für die Weiterverarbeitung. Das ist halt so die Frage. Oder für die Munition. Genau, es ist ja quasi so, man stellt ja nicht den Sprengstoff direkt her, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Man stellt ja erstmal Schießpulver her. Und Schießpulver, da ist zumindest aktuell in dieser Vorschauversion, nennen wir es jetzt mal, ist dieses Verhältnis ja eins zu eins. Also du musst einmal Kohle und einmal Schwefel reinpacken, damit Schießpulver rauskommt. So, das ist das eine. Aber dann brauchst du ja trotzdem immer noch mehr Schießpulver, um einmal Sprengstoff herzustellen. Das ist natürlich richtig. Ist halt jetzt die Frage, wie das genau dann, ob das so bleibt halt oder ob das nochmal geändert wird halt. Weiß man nicht. So, ich liege jetzt hier mal eine Stromleitung rüber. Warte, wir machen das mal so. Ich stelle mal da so einen geilen Mast direkt daneben. So, hier hin. Nebens Kraftwerk. Und dann verbinden wir mal diesen blöden Mast mit dem geilen Mast. Dann hat der hier nämlich gleich, dann haben wir da nämlich einen Verteiler, den wir benutzen können. Ja, ist halt die Frage. Schießpulver wird man natürlich auch noch brauchen für Gewehrmunition. Aber auch da stellt sich die Frage, ob das Mischungsverhältnis dasselbe bleibt, wie für, oder wie in dieser Alpha-Variante, die man mit Save Game Edit erreichen kann. Das ist halt so die Frage. Ich vermute mal ganz stark, dass sich das alles nochmal ändern wird über die Zeit. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann letztendlich das Update rauskommt. Das heißt, Grüße an mein Zukunfts-Ich an der Stelle, das jetzt schon genau weiß, was passiert. Und wie es passiert. Ja, aber so ist das halt. Ich meine, das ändert sich halt alles nochmal über die Zeit. Schade, Förderband ist zu steil. Das finde ich jetzt nicht so gut. So, es ist wieder zu lang. Ah, Mann. Leider, schade, dass es so weit unten ist. Ich muss es hier nochmal ein Stückchen hoch fördern, glaube ich. Wir müssen hier nochmal Stützen aufbauen, sonst klappt das nicht. Ich habe jetzt aber schon Schwefel bekommen. Alleine dadurch, dass ich jetzt hier die Förderbänder abgerissen habe, ist auch schön. So, ich fädel das jetzt einfach hier so ums Eck. Ich will das jetzt mal da hochleiten auf die Plattform. Damit wir Schwefel und Kohle möglichst dicht zusammen haben. Geht das jetzt da noch hoch? Mal gucken. Okay, bis hierhin geht's. Dann machen wir das weg. Und dann kommt das Förderband. Jetzt müsste es hoffentlich... Ist es zu lang jetzt? Oder passt das? Ich sehe leider die Öffnung von hier nicht. Ich finde es auch krass. Müssten hier nicht eigentlich Viecher sein? Oder habe ich die hier alle getötet? Okay, so passt das schon mal. Das ist gut. So, dann haben wir es doch schon. So schwer war das doch gar nicht. Dann ziehen wir das jetzt hier nach vorne. Und dann sind wir ja schon an der Kohle. Dann haben wir es ja schon. Nicht schlecht. Genau. Ja, dann bauen wir hier direkt mal ein Lager, würde ich sagen. Also direkt hier neben der Kohleanlage. Bauen wir mal einen Lagercontainer. Nummer zwei. Für Schwefel. Hier drüben am besten. Das ist ja nicht im Weg. Da haben wir auch noch Platz, wenn wir da irgendwie mal noch woanders hin müssen mit dem Schwefel oder so. Oder mit der Kohle. Dann können wir das schon mal einlagern lassen. Dann haben wir schon mal ein bisschen Schwefel auf Tasch. Ist das jetzt eigentlich gerade hier, was ich hier gerade mache? Habe ich das schräg gebaut? Das ist schräg gebaut, glaube ich. Das geht ja mal gar nicht. Oder? Oder bin ich jetzt blind? Ich glaube, ich habe... Habe ich einen Knick in der Optik jetzt? Ist meine Optik jetzt... Ich glaube, mein Knick ist in der Optik. Mein optischer Knick ist in der Optik. Ich habe es, glaube ich, wirklich schräg gebaut. Das gibt es ja gar nicht. Skandal! Wie kann ich das tun? Mit dem Knick in der Optik? Ist die Antwort. Also hier lang. So. Und... Ach, scheiße. Zu weit vorne. Zu weit vorne! Zu weit vorne! Ohne... So. So passt das. Und dann da lang. Genau. Jetzt lagern wir Schwefel ein. Und ich hatte mich vorhin schon gefreut. Mir ist dann nämlich eingefallen, dass hier ja das Versorgungsförderband für den Turm ist. Bis mir dann des Weiteren eingefallen ist, dass ich das ja gar nicht nutzen kann. Weil ich damals, als ich das gebaut habe, weil es schon wieder sehr lange her ist, paar Wochen schon wieder. Da habe ich ja nur die normalen Förderbandstützen genommen. Nämlich diese hier. Die Masten. Und die kann man ja nur bis zu einer bestimmten Höhe aufziehen. Und das ganz Schlimme ist, man kann darunter keine weiteren Förderbänder setzen. Deswegen sind diese Dinger eigentlich für solche Megabänder völlig ungeeignet. Weil wenn man nämlich das Megaband dann doch mal erweitern muss, dann geht das nicht. Das ist total dumm. Ich kann das nochmal näher zeigen hier. Wenn ich jetzt hier ranzoome mit dem Fotomodus. Wenn ihr P drückt, könnt ihr in den Fotomodus gehen. Da sieht man es. Ja. Deswegen hat das auch so eine bescheuerte, ungerade Form. Hat da so komische Hüppelchen drin. Sieht also gar nicht so toll aus. Und ich kann das auch nicht erweitern. Das ist total blöd. Naja. Egal. Wir brauchen den Schwefel ja sowieso nur hier. Wir brauchen ja gar nicht so viel davon. Hoffe ich. Und eingelagert wird er jetzt ja auch schon. Und wir haben ja auch ein bisschen Zeit, noch ein paar Lager zu füllen. Bis es dann letztendlich soweit ist. Bis dann das Update kommt. Aber generell ist mein Plan eigentlich, von allen Ressourcen, die es so gibt. Die irgendwie wichtig sind für irgendeine Produktion. Mega-Förderbänder zu der Mega-Fabrik hinzuziehen, die wir gerade bauen. 120 Schwefel pro Minute kommt hier raus. Sehr gut. Dann kann ich den Schwefel, den ich jetzt im Inventar habe, ja mal ins Lager packen. Und dann zeige ich euch das mal, wie das geplant ist. Einige von den Bändern werden wir natürlich offscreen bauen. Oder werde ich dann offscreen bauen. Andere werde ich in längeren Streams bauen. Je nachdem, wie es halt so passt von der Zeit her. Und weil so ein großes Band zu bauen, das dauert ja durchaus schon mal ein paar Stunden einfach. So, warte mal. Dann lasse ich mich mal hier schnell beschleunigen. Ah, das war sogar ein Zweierband hier, glaube ich. Das war gar nicht mal so ein Dreierband. Das ist auch so eine langsame Bänder gebaut da. Genau, da ist die Mega-Fabrik, die Super-Fabrik, die Riesen-Fabrik. Da sehen wir auch den Bus, den Main-Bus. Kann ich da hoch? Oh Gott. Landen. Genau so. Komm jetzt hier hoch. Schön hoch, schön hoch, schön hoch, schön hoch, schön hoch, schön hoch, schön hoch. Jawohl. Da ist die Mega-Fabrik, die Riesen-Fabrik, die Super-Fabrik. Sollen wir mal ran. Und da möchte ich halt hier an diesem Vorbau, der jetzt gerade schon im Entstehen ist, der so ein bisschen schon leicht aussieht wie der alte Tschernobyl-Sarkophag. Da möchte ich die ganzen Bänder dann hinführen mit allen Ressourcen. Also erstmal mit allen Grundstoffen. Wir sehen da auch schon, da ist auch schon Öl am Start. Das läuft da schon rein. Da wird auch schon Gummi und Kunststoff draus gemacht. Wir sehen, Catherium läuft da rein. Aus einer neu erschlossenen Quelle. Die wir vor kurzem ja erst erschlossen haben. Und wird auch schon fleißig verarbeitet. Und Eisen und Kupfer werden schon davor abgebaut. Da sind zwei Quellen direkt da oben. Deswegen war das auch eine ganz gute Location. Weil man da nicht extra noch Eisen und Kupfer hinführen muss. Das ist schon da. In größeren Mengen halt auch schon. Deswegen passt das. Und ja, der Plan ist wie gesagt, noch andere Sachen dahin zu schaffen. Quarz und so auch. Uran. Da müssen wir mal schauen. Uran würde ich jetzt erstmal tatsächlich noch ausklammern. Weil Uran ja problematisch ist. Das verursacht ja Gesundheitsschaden. Allerdings wird es auch so sein, dass man zu dem Zeitpunkt, wenn man Uran abbauen kann. Oder beziehungsweise benutzen kann. Abbauen kann man es ja schon. Aber wenn man es dann benutzen kann für irgendwas. Zum Beispiel für Kernbrennstäbe. Für das Kraftwerk. Soll man wohl auch in der Lage sein, sich einen Schalenschutzanzug zu machen. Deswegen wäre das jetzt nicht so schlimm. Aber für den Moment würde ich es noch nicht hier herleiten. Weil ja, es wird ja in Tschernobyl, wo wir unsere Quelle haben, da wird es ja schon gefördert quasi. Da wird es ja schon eingelagert. Da können wir mal hinfahren eigentlich und mal gucken, wie viel da jetzt schon eingelaufen ist. Das Lager müsste eigentlich schon voll sein. Das würde mich mal interessieren jetzt. Wir fahren da jetzt mal hin. Ich wollte eh nochmal zur Quarzquelle auch fahren und zur Bauxitquelle. Und von da aus auch schon mal Förderbänder anfangen. Also erst zur Bauxitquelle, die ist nämlich weiter weg. Und dann von Bauxit zu Quarz. Und von der Quarzquelle dann hierher. Wäre jetzt so der Plan für das erste Megaband. Für das erste neue Megaband. So, ich fahre jetzt mal hier mit meinem Truck. Fahren wir jetzt mal bei Tschernobyl vorbei. Ich weiß sogar, wie ich da fahren muss. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Einige haben auch nämlich schon wieder gefragt, wo denn diese genau, diese Höhle ist. Wie man da hinkommt und so. Und, äh, und ETC. Und da fahren wir jetzt mal vorbei. Und dann können wir mal da ins Lager gucken. Mal sehen, wie schnell ich sterbe, wenn ich da aussteige. Bin mal sehr gespannt. Habe das Uran gefunden. Die Strahlenflächen sind aber total fehlplatziert. Ja, das, das ist glaube ich wirklich noch so ein bisschen komisch bei dem Uran. Aber das ist ja auch noch nicht offiziell verwendbar. Beziehungsweise noch nicht offiziell drin. So richtig. Deswegen, das ist ja nur halb drin. Oder zu einem Viertel drin, muss man ja eigentlich sagen. Das ist ja noch wirklich sehr, sehr unfertig alles. Mit diesen Ressourcen. Mit diesen. Sind das schon eigentlich Endgame-Ressourcen? Ne, ne. Das kann man noch gar nicht wirklich als Endgame-Ressource bezeichnen. Tatsächlich glaube ich, dass das Uran eher Midgame ist. So. Also das ist eher so Midgame-Content. Oberes Midgame-Content ist das. So richtig Endgame ist noch gar nicht drin. Und kommt glaube ich auch nicht in Tier 8. Also das kommt dann glaube ich wirklich alles noch bei Tier 9 erst frühestens. Und Tier 9 ist ja noch nicht mal ansatzweise bekannt, was da genau kommt, glaube ich. Also da ist ja wirklich noch gar nichts gesagt dazu. So, da ist die Höhle. Ist eigentlich gar nicht so weit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Spinnen da wieder am Start sind. Sind sie da? Sind sie da? Hinter der Kohlequelle ist auch eine Uranquelle, die hinter dem Steinbogen. Echt? Okay. Das wird natürlich mit dem Suchen nach den Quellen alles sehr viel einfacher werden, wenn man dann mal nach den Quellen scannen kann. Das geht ja momentan auch noch nicht. Man kann ja nicht scannen nach Uran, leider. Sonst wäre das wesentlich leichter. So muss man sich das halt immer merken. Oder wenn man es halt ganz easy möchte, nimmt man sich halt so eine Online-Map, wo sowieso schon alles gespoilert ist. Das finde ich aber ein bisschen lame immer. Das mache ich nicht so gerne. Ich möchte das schon selber finden. Dann ist der Spaß viel größer irgendwie. Ich höre... Moment, ist das... Ich dachte gerade, das wäre ein Spinnen. Es ist aber mein Geigerzähler tatsächlich. Okay, ich kann bis hierhin, konnte ich herangehen. Genau. Es scheint still zu stehen, oder? Wow, wow, wow. Okay. Hier kriegt man Schaden. Aber wie nah kann ich ran? Wow, 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 wow. Okay, so ein volles Lager ist richtig krass. Ich kann nicht mal ansatzweise ran gehen. Da verliere ich schon mega viel Leben. Alter, Verwalder. Holy shit. Und ich wette, wenn ich jetzt noch eins drauf setze oben, dann wird es noch schlimmer. Naja, wir probieren das mal. Ich kann ja von... Aus der Ferne kann ich ja bauen. Ich muss ja nicht nah ran. Ich will es noch voller haben. Verliere ich jetzt eigentlich schon Leben? Ne, von hier nicht, ne? Von hier kann ich stehen noch. Warte mal, dann stelle ich mich mal hier oben drauf. Wenn das geht. Kann ich da stehen? Ja. Ich verliere jetzt kein Leben, oder? Ich verliere ja nichts. Nichts, genau. Von hier kann ich nämlich ganz gut bauen. Dann setze ich da jetzt einfach noch eine Etage drauf. So, wie hatten wir das immer gemacht? Äh, hinten muss ich jetzt... Ach, scheiße, das geht, glaube ich, hier gar nicht so gut. Wegen dem blöden Mast wieder. Wir werden es mal so versuchen. Komm, setz noch einen drauf. Wenn ich jetzt sage, nimm das schnelle Band und geh eins hoch. Geht das? Nicht da. Hä, wieso will er denn da lang? Ich muss es von der anderen Seite... Ach du Scheiße. Das kann ich, glaube ich, knicken. Das geht ohne Strahlenschutzanzug gar nicht. Oder ich muss es vorne rum... Warte mal. Versuch's mal vorne rum. Vielleicht klappt das ja besser. Wenn ich's so mach... Komm schon. Ja... Ich will die schnellen Bänder haben. Ist das richtig rum? Ich seh's halt leider so schlecht. Okay, das passt so nicht. Ich kann das halt nicht erkennen, wo es lang geht, genau. Und wie weit's weg ist. Ah! Was, was, was? Nein! Wie ist das jetzt passiert? Hahaha. Warum? Ich war doch weit genug weg. Ach nein! Weil ich das Förderband abgerissen hab. Hab ich's im Inventar gehabt. Scheiße! Hahaha. Okay, Mist. Ach, Scheiße. Aber weißt du was? Ich lad einfach den Spielstand. Stimmt, weil ich... Weil ich das Förderband abgerissen hab. Wird ja das... Was ich auf dem Förderband liegen hab. Wird ja mein Inventar befördert. Ah, Scheiße. Nein. Ah! Shit! Böse Falle. Ah, okay. Da müssen wir wohl noch mal hinfahren. Ich glaube, ich lass das jetzt einfach. Ich glaube, ich hab keine Lust am Uran rumzufummeln. Ich glaube, wir lassen das einfach mal da, wie's ist. Aber da hab ich mich ja schön in ne Sackgasse reingebaut. Da, äh... Also da muss ich, glaube ich, noch mal das hinterfragen. Wir müssen aber eh da durch. Durch die Stelle. Also wo es Uran ist. Ich muss da dran vorbei wegen, äh... Warte mal. Wo muss ich eigentlich... Oh, nein, 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 nein! Bleib still, wir stehen! Oh Gott! Da hinten muss ich doch hin. Ich dachte, ich muss hier rechts abbiegen. Alles gut. War kurz weg, was ist passiert? Haha. Was lustiges. Du hast das Highlight des Streams verpasst. Mit Abstand, das Highlight. Aber wie schnell das geht, ist man da tot, ey. Meine Fresse, das ist ja nicht wahr. Ich dachte normal, dass einem zuerst die Haare, dann die Zähne und dann die Haut abfällt, bevor man stirbt. Aber das ist ja hier im Schnelldurchlauf, dass man tot ist. Und eigentlich dachte ich, es wächst einem vorher auch noch irgendwie ein dritter Arm oder so. Aber das ist, glaube ich, nur bei dosierter Strahlung. Dass man dann noch anfängt zu leuchten. Ich bringe euch Liebe! Genau, das kommt raus, wenn man ohne Strahlenschutzanzug... Dinge aufhebt, die Strahlen. So, ich glaube, wie gesagt, das können wir knicken hier. Das lassen wir jetzt mal sein. Da mache ich jetzt nicht irgendwie groß weiter. Wir fahren jetzt direkt durch zum Quarz. Und schauen da lieber nochmal nach. Das scheint mir irgendwie sinnvoller zu sein. Aber nee, genau, stimmt. Nee, wir wollten ja zum Bauxit erstmal fahren. Zum Bauxit wollten wir fahren. Da muss ich auch eh mal gucken, wegen dem Weg dahin. Dass man da mal hinfährt irgendwie. Und nicht immer irgendwie da erst hinfliegen muss, jedes Mal. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Durchblick, wie da der beste Weg aussieht. Also auf jeden Fall hier durch, durch die Höhle. Das ist schon mal ganz gut. Aber wie geht es von da aus weiter, ist die entscheidende Frage. Wie fährt man von hier dahin? Er bringt uns Liebe. Lass die nicht denn kommen. Brecht ihm die Beine. Hä, hä, hä. Du kannst Uran im Auto lagern. Mein großes Problem ist, ich kriege es gar nicht ins Auto rein. Wie soll ich das auch anstellen? Ich meine, ich könnte das Förderband abreißen und dann ganz schnell das Auto, also vorher so parken, dass ich schnell an die Dings ran kann. Aber, naja, warum sollte ich das wollen? Wie gesagt, ich kann es ja eh, selbst wenn ich es irgendwo anders hin schaffe, ich kann damit ja nichts machen. Momentan. Ich kann mich selbst verstrahlen damit, toll. Absolut wahnsinnig. Der Bär strahlt heute extremst. Ganze Zeit am Strahlen. Ist ja auch ein Bombenwetter heute, muss man sagen. Total bombig. Ich bin auch voll geladen eigentlich. So, also, Moment. Ölpipeline start. Quarz ist da drüben. Da wollen wir ja nicht hin. Bauxit ist da links. Wie zur Hölle komme ich jetzt zu dieser Bauxitquelle, ohne dass ich irgendwie fliegen muss. Das muss doch einen Weg dahin geben, irgendwie. Oh Gott, da muss man wieder durch diese leckenden Biome durchfahren hier, die so unglaublich performanceintensiv sind. Da, die hässlichen Bäume da. Da vorne, diese großen. Die einen wieder hier... Oh, da fließt es schon direkt. Die einem schon wieder hier die Performance rausnuckeln aus dem Spiel. Weißt du was? Ich steige jetzt nochmal aus und fliege da nochmal von hier hin. Ich will einfach wissen, es muss irgendwo doch einen Aufgang oder so geben. Oder irgendwie eine Rampe oder irgendwas. Man muss doch da irgendwie hinfahren können. Das kann doch nicht sein, dass man da nicht hin... Hey, eine Schnecke. Oh, bitte. Oh, nein. Oh, shit. Schnell, Mad Kid. Atmen. Da ist eine gelbe Schnecke da oben. Kann ich die überhaupt noch nehmen? Ja, kann ich. Ich will gelbe Schnecke haben. Eivül. Äh. Wow. Ah! Nein, nein, nein! Was? Warum? Nimm sie! Schnell! Und dann abhauen. Was ist das? Ist das Katerium? Ach ja, das war diese eine... Tatsache, ja, das war die eine Kateriumquelle. Ich bin immer wieder überrascht... Ha! Wenn ich hier vorbeikomme und diese Kateriumquelle da finde. Schön, wenn man jedes Mal immer wieder was Neues entdeckt. Alzheimer ist was Tolles. So. Also, Bauxit da lang. Schnell weglaufen. Pilz! Ich brauche Pilz. Und danke an Chris M., der für fünf Monate in Folge bei Twitch Abonnent ist. Dankeschön. Und jetzt verlängert hat. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, hier gibt es keinen Aufgang. Ist nur so eine Vermutung. Ich glaube, ich muss mich da wirklich hochbauen. Ich glaube, da gibt es keine Passage. Das war so eine durchgehende Felslinie, Felsformation, die wirklich da einmal komplett durchgeht, so. Ich glaube, da gibt es keinen Aufgang. Und wenn es einen gibt, dann ist der nur ganz vereinzelt, so. Irgendwo vielleicht. Hier so. Das könnte zum Beispiel so eine Ecke sein, wo man vielleicht hoch kann. So ein typischer Durchgang. Ja, ich glaube, das ist es sogar. Ich glaube, das wäre sogar der Durchgang. Da müsste man sich jetzt genau da weiter lang bewegen. Entlang des Sees hier. Rechts halten. Das könnte funktionieren hier. Was? Ach so. Ihr kleinen Schweinchen seid das. Ja, genau. Da ist auch eine Brücke. Das könnte man auch als Landmark nehmen. Ich muss mir halt hier mal das Gelände ein bisschen besser einprägen, dass ich halt weiß, wie ich hier fahren muss. Das ist halt echt nicht so einfach. Okay. Also, hier wäre die Brücke. Hier kommt man wieder nicht hoch. Hier kommt man auch nicht durch. Hier kann man runterfahren. Oder man baut sich halt runter, ne? Das geht natürlich auch. Ah, hier ist es jetzt, glaube ich, schon. Hier vorne müsste es kommen. Demnächst. Ja, da ist es. Da ist unsere Quelle. Okay. Ach du Scheiße. Warte mal. Hier kann man wirklich nur so... Hier wäre eine Route. Das ist so eine Wendelrampe. Aber hier ist es auch schon wieder Ende mit der Rampe. Oh Gott, ist das ein Gelände hier. Da wird auch die Stromleitung zu verlegen ganz schön anstrengend. Oder das Förderband generell halt. Das Förderband zu verlegen wird halt richtig schwierig. Also alleine da hochzukommen an der Wand wird... Ah, warte mal hier. Das ist doch gut hier. Das ist das, was ich gesucht habe. Jawohl. Aber was auch immer wir bauen, bauen wir definitiv nicht mehr in dieser Folge. Hier muss auch noch ein bisschen das Gelände weiter ausgekundschaftet werden. Ob das hier wirklich eine gute Stelle ist oder nicht. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wie ihr es noch nicht getan haben sollt. Ihr könnt auch gerne meinen Epic Creator Tag Spielbär mit AE im Epic Store benutzen, um das Spiel oder auch andere Spiele im Epic Store zu kaufen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal direkt. Und es wird für euch nicht teurer oder so. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, bis zur nächsten Folge Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao.